Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Für alle, die das Game noch nicht durchgespielt haben, für die könnte das jetzt ein großer Spoiler sein. Deswegen schaut nur weiter, wenn ihr fürs Endgame-Content gespoilert werden wollt. Ins Gesicht spucken wollen. Zwar hat mir mein Leben als Pirat einen frühen Ruhestand beschert, dennoch sucht mein neugieriges Auge stets nach Emporkömmlingen mit Talent und Stil. Du hast meine Aufmerksamkeit. Halte deine Breitzeiten auf die Unternehmen gerichtet, deren Tyrannei weiterhin die Welt im Würdegriff hält. Die Befreiung von ihrem Joch wird einen hohen Preis haben. Wirst du ihn bezahlen. Gib deine Seele für die Freiheit, in der ich auf dich warte. Captain Freeman, ein Sohn der Freiheit. Im Laufe der Story werdet ihr wohl übel über den Ruder-Club stoßen. Der Ruder-Club, für die, die es nicht wissen, ist ein Club im Spiel, wo ihr schmuggeln könnt. Hier könnt ihr rumschmuggeln, Opium schmuggeln, das Ganze auch herstellen lassen. Werden die ein oder andere von euch bestimmt schon mal gesehen haben, hier im Laufe der Story. Ihr habt eine Brennerei, könnt rumschmuggeln, habt Aufträge, Versorgungswege, ihr kennt das alles. Zusätzlich könnt ihr, sobald ihr den Rang Piratenfürst habt, auch noch mehr machen. Darauf komme ich gleich. Erstmal wollte ich euch einmal hier diese Übersicht zeigen. Daran könnt ihr auch schon dran, sobald ihr einmal Zugang hier zu diesem Ruderkonto habt. Aber hier das wird exponentiell größer, sobald ihr Piratenfürst seid. Und sobald ihr Piratenfürst seid, habt ihr hier die Möglichkeit, auf die gesamte Karte zuzugreifen. Niederländisch-Indien, Küste von Afrika und die Rote Insel. Und hier euch Manufakturen zu erbeuten, wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Und mit diesen Manufakturen passiv Achtermünzen zu fahren. Das Ganze ist immer in Saisons aufgeteilt, das seht ihr links. Die aktuelle Saison läuft noch 97 Tage. Danach wird alles, was ihr hier erspielt habt, zurückgesetzt. Ich habe heute im Stream ein wenig hier rumgespielt und habe mir vier Manufakturen sichern können. Einmal hier das Holzlager, einmal hier die königliche Gießerei, einmal Tanina und Tanjona. Und was die machen, das seht ihr hier schon, ist passiv durch eine Produktionsrate Achtermünzen zu sammeln. Das Ganze funktioniert immer nur, solange ihr das finanziert. Hier die Gießerei zum Beispiel ist noch finanziert für vier Minuten und diese hier gerade nicht. Da seht ihr Manufaktur finanzieren. Die läuft also gerade nicht. Wenn ich aber Manufaktur finanzieren mache, dann kann ich hier sagen 30 pro Stunde oder 27 pro Stunde. Je nachdem kostet das auch wieder Silbermünzen. Das heißt, sammelt euer ganzen Silber ein. Und dann kann ich das starten und dann läuft das für zwei Stunden. Das Ganze könnt ihr auch noch leveln hier mit Achtermünzen. Ich mache immer so bis Level 3. Das ist für mich aktuell so der Sweet Spot. Danach wird es einfach zu teuer. Und ich würde jetzt einfach mal hier jede Manufaktur einmal finanzieren und aktivieren. So, jetzt sind alle vier, die ich habe, aktiviert. Da gibt es später noch die Möglichkeit, die Produktionsrate zu erhöhen, wenn man hier das ganze Gebiet hat. Wenn man hier diese Handelsrouten hat, dann kriegt man auch nochmal verschiedene Boni. Und vor allen Dingen gibt es Bestenlisten, wo ihr euch wöchentlich und auch saisonal messen könnt. Und ihr seht es auf der linken Seite. Man bekommt verschiedene Belohnungen, je nachdem, wo man am Ende der Saison oder am Ende einer Woche platziert wurde. Da seht ihr gerade, ich bin Stufe 2 aktuell. Und ab 3000 würde ich Stufe 3 kommen. Und so weiter und so fort. Und ihr seht auch meinen Rang hier im Leaderboard. Ob das Ganze weltweit ist oder nur eure Region oder woher diese ganzen Namen zustande kommen, das weiß ich nicht. Das gleiche auch für saisonal. Ich weiß nicht, was da das kleinste und was das... Also klar, der beste Platz ist Platz 1, aber ich weiß nicht, wie weit das geht. Ob das hier 1000 Leute sind oder 2000, das weiß ich alles nicht. Ja, aber hier gibt es auch noch Bestenlisten. Und dann gibt es auch noch ein Skilltree. Skilltree, das hat mich nämlich viele gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, quasi Skills zu verbessern. Und das gibt es im weitesten Sinne. Einmal hier das Schmugglergeschäft. Das könnt ihr euch selber alles durchlesen. Dann gibt es verschiedene Strategien, die freigesetzt werden, wenn ihr Piratenfürst seid. Und dann könnt ihr hier passive Verbesserungen freischalten für eure Manufakturen. Je nachdem, wo die Manufaktur ist. Und auch für eure Produktion. Und das Ganze wird freigeschaltet, sobald ihr hier Piratenfürst Stufe 1 habt. Als ich das gesehen habe, bin ich ein wenig vom Glauben abgefallen. Weil das so ein geiles System ist. Aktuell fehlt ein wenig, meiner Meinung nach, der Grund, in der Rangliste weit hoch kommen zu wollen. Da muss ich mich noch ein bisschen reinlesen, was es da so genau gibt. Aber mit der Manufaktur, um passiv Achtermünzen dazu zu verdienen, ohne dass man irgendwas machen muss, das fühle ich extrem. Vor allen Dingen, ich habe aktuell eine Ausbeute von 117 pro Stunde. Wenn ich jetzt 2 Stunden warte, kann ich über 230 einsammeln. Und diese 230 dann wieder in eine Manufaktur setzen, die dann wieder mehr pro Stunde produziert. Das heißt, ohne dass ich irgendwas tue, klar das kostet Silber, aber ohne dass ich irgendwas tue, kann ich meine Welt hier immer verbessern. Um diese neuen Manufakturen freizuschalten, seht ihr unten links, gibt es immer solche Übernahmegelegenheiten. Die dauern übertrieben lang und sind relativ schwer. Einerseits müsst ihr hier so ein Fort 10 Minuten lang halten und da kommen 8 bis 10 Gegner. Vielleicht kann ich hier mal ein paar Clips einblenden. Eine Minute noch. Ah, 100%. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Ich hab's. Übernahme erfolgreich. Holz, Lager, Du Beusten und Dein, weil du die Übernahme irgendwas gemacht hast. Und dann hab ich eine Mission gehabt, wo ihr ein Konvoi überfallen musstet, den mittleren, den mittleren Konvoi, also das mittlere Schiff besiegen und dann zu eurem Stützpunkt zurückgehen und dann hattet ihr ein neues, eine neue Manufaktur. Versenke das Schiff mit der vom Ruder begehrten Fracht und nimm sie an dich. Ach du Scheiße. Alle Stufe 10, das schaff ich nicht alleine. Wenn ich hier Niederländisch Indien freischalten wollen würde, würde das Ganze 5000 kosten und dasselbe auch für Afrika. Das wird denke ich mal erst interessant, wenn ich hier so gut wie alle Manufakturen hab. Und ja, hier kann ich jetzt Manufaktur finanzieren, wieder neu starten, zack 30 pro Stunde und weitermachen. Es hatten auch noch einige gefragt, wie man einen Clan gründen kann. Das scheint aktuell noch deaktiviert zu sein, aber das kann entweder am 16. oder dann zur nächsten Season, die in 14 Tagen startet, dazukommen. Wenn man hier nämlich schaut ins Ruder Imperium, sieht man, dass dort steht, bei der Verbesserung wird in 13 Tagen zurückgesetzt. Das bedeutet, in 13 Tagen wird hier irgendwas passieren und man kann hier komplett neu reinhasseln. Ich muss sagen, Ruder Imperium, so ein geiles Endgame-System. Finde ich echt cool. Freue ich mich schon, das richtig krass aufzubauen, das Ruder Imperium, komplett hier reinzugrinden und alles hier, die komplette Karte, das alles hier meins ist. Das Coole ist auch, das kann einem nicht mehr weggenommen werden, wenn ihr das einmal habt, dann habt ihr das. Da müsst ihr ja dann keine Angst haben, dass das irgendwie von irgendjemandem weggeschnappt werden kann. Das läuft 97 Tage, solange könnt ihr hier Achtermünzen ohne Ende sammeln. Und am Ende der Season gibt es dann auch noch mal eine Belohnung, je nachdem, wo ihr auf der besten Nissen seid. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, wie ihr das findet. Ich finde, genau das hat es noch gebraucht. Ich hatte ein bisschen Angst, kurz bevor ich Piratenfürst geworden bin, dachte ich so, hm, da fehlt noch ein bisschen was. Aber das hier, diese automatisierten Manufaktur, finde ich richtig, richtig nice. Bin ich gespannt, was ihr in den Kommentaren sagt. Ansonsten würde mich selber voll auf den Kanal freuen, selber ein Like auf dem Video. Ich habe überlegt, ob ich euch vielleicht mal zeige, wo es alle Schiffe gibt. Gerade zum Release am 16. vielleicht ganz interessant, dass ihr direkt zum Release wisst, wo es alle möglichen Schiffe gibt. Die habe ich ja mittlerweile alle. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein! mich ihre Originally versuchende ein paar Wochen.